Es sind hier nur Scharfschützen-Munitionen, dann würde ich nämlich das Scharfschützengewehr doch mitnehmen. Gleich in dem Häuschen hier drin. Hmm. Hier liegt viel Blödsinn drin rum. Müll. Die machen hier wohl nicht sehr oft Ordnung. So, naja, gut. Achso, ja, war ja voll, genau. Ähm. Schauen wir nochmal. Stoßen sie zur Ausgrabungsstätte vor. Mache ich das einfach so? Hier ist mir der hoch. So, wie gerade? Oh. Aha. Da habe ich mehr Munition. Da hinten kommen sie. Daneben. Kann doch nicht wahr sein. Na, also. Einen haben wir schon mal. Ich liebe es. Komm zu Papa. Ja, so ist schön. So mag ich das. Und da sehe ich jetzt keine. Die warten wahrscheinlich darauf, dass ich runterkomme. Und dann wollen die mir wieder den Rest geben. Nö. Aber solange ich nicht runterkomme, tut sich da anscheinend nichts. So. Okay. Okay, okay, okay. Momentan sehe ich hier niemanden. Deswegen tausche ich erstmal mit der Schrotflinte. Dann wechsle ich wieder auf die Waffe und dann geht es erstmal abwärts. Und jetzt kommen die bestimmt gleich. Ich kann ja nachher immer noch nach oben gehen. Hm, momentan sehe ich wohl niemanden. Aber der wird sich bestimmt gleich ändern. Gerade war es ja auch so. Okay. Diesmal nicht. Ich sehe immer noch keinen. Niemand zu sehen. Wieso sind denn die gerade alle gekommen? Alles noch voll, voll. Okay, dann lasse ich das Scharfschützengewehr liegen. Dann lasse ich das liegen. Ist ja eh nicht so viel Munition gewesen. Oh, ja. Okay. Wir steigen trotzdem hier ein. Gehen wieder in die Außenansicht. Und schauen mal. Diese Kulisse. Diese Kulisse. Meine Fresse. Einfach klasse. So. Da hinten sind sie. Die warten schon auf mich. Oh Mann, sind das viele. Ich darf ruhig auf das Auto schließen. Das ist für mich gar kein Problem. Oh ja, ist schon klar. Auf die Entfernung trifft er mich natürlich super gut. Das leuchtet mir natürlich total ein. Dass der natürlich den absoluten Durchblick hat. Und ich mit meiner Waffe ihn kaum sehen kann. Na schön. So sei es. Da hinten kommt sie angelatscht. Da sehe ich sie schon. Da. Mal schauen, was die jetzt vorhaben. Mhm. Wie gerade auch. So schön. Nummer eins. Und Nummer zwei. Na. Nummer drei. Fehlt nur noch einer. Oh, da schieße ich daneben. Komm. Habe ich anfangs einen Ball gekocht. Wieder. Hey. Hey. Das ist unglaublich. Oh Mann. Aber die Munition ist zu wenig. Wie kommt das jetzt wieder her? Jetzt auf einmal sind sie wieder da. Gerade kamen sie nicht. Die machen auch irgendwie was zu Hause. Na komm schon. Okay. Jetzt habe ich sowieso nur eine Patrone. Ach. Ach. Da unten ist er. Ach. Da unten ist er. Okay. Das sollte man natürlich auch nicht machen. So nah rankommen. So. Den habe ich. Wo ist er denn jetzt? Oh. So. Ich lebe noch. Also Leute. Wenn ihr denkt. Ich hatte das jetzt geplant. Da runter zu springen. Da muss ich euch enttäuschen. Das war natürlich nicht geplant. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Komm. Gib deine Munition her. Ich brauche das. So. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Brücke. Oh. Worum sagt mir das denn keiner? Oh. Brauchen wir keiner zu sagen. Die ist ja kaputt. Aber da kommt schon mal nicht rüber. Anscheinend. Da muss ich doch die. Straße nehmen. Nicht wahr? Führen wir mal jetzt hier außen rum. Aber Moment mal. Habe ich überhaupt. Ich habe die Munition noch nicht eingesammelt jetzt. Ich bin ja vorhin kaputt gegangen. Und da ich jetzt wieder hier starte. Muss ich wieder Munition einsammeln. So. Pistole voll. Schrot. Alles schon wieder voll. Okay. Wollen wir uns mal ein bisschen ranhalten. Obwohl ich gehe hier nochmal da oben. Ob hier auch nochmal irgendwie so ein Scharfschützengewehr ist. Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich auch. Oh. Doch. Da ist noch eins. Oh. Und sogar noch so ein. Aber ich habe ja einen. Dann könnte ich aber. Tauschen wir erstmal. Dann könnte ich noch ein paar Übungsschüsse hier machen. Wenn die sich natürlich nur an mich rantrauen würden. Mal gucken. Und Treffer. Und Treffer. Zwei sind schon mal weniger. Da sehe ich nur Büsche. Da sehe ich nur einen. Okay. Acht Schuss. Das lohnt sich nicht. Die Waffe da mitzunehmen. Das ist ein bisschen zu wenig. Leider kann ich jetzt momentan niemanden sehen. Ich hätte gerne noch ein paar ausgeschaltet. Bevor ich wieder losfahre. Ne. Ne. Tauschen wir die wieder aus. Und klettern runter. So. Okay. Mit dem Geschütz. So sehe ich auch niemanden. Okay. Da komme ich nicht durch. Ah. Hier kann ich ja rüber springen. So. Einige Vehikel. Außenansicht. Und dann fahren wir mal wieder los. Ja. Da war ich. Ich kann mich zwar kaum sehen, aber. So. Keine mehr da. Oh. Wo, 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 wo bist du? Zeig dich. Da ist er. Kann nichts dafür.